Für die Tour des Glaubens machen wir uns am Nachmittag wieder auf einer Wander-Tour im Bereich des Scheuscheuer Gebirge. Es geht zu den weißen Steinen. Auf den Sandsteinen gibt es eine Menge Moos und Flechten, die die weißen Felsen in ihrem Aussehen doch erheblich beeinträchtigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, I'm going to inform you, I'll get that. So, I'm going to inform you. 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 So, I'm going to inform you.